Die Sache ist, wir können ja jetzt aktuell, wenn dann nur die aktuellen Studiengänge quasi erweitern. Alter, die Bibliothek ist so überlaufen, ne? Auch nicht. Schlafzahler, ne? Wild. Könnte theoretisch auch mal Campusgebäude machen, ne? Willkommen an alle Erstsemester. Wir haben vor euch mehr Angst, als ihr vor uns. So, dann haben wir auf jeden Fall die Gebäude schon mal gleich am Start. So, Seitentür. Ah, ist klar. So, Gewinn. Bücherregal, ne? Posterzelle ist okay. Zehn Kudusch ist jetzt nicht so viel. Finde ich, ist es wert. So, die haben schon ein Platzproblem wieder. Der Campus hat ein neues Gebäude eröffnet. Ist das nicht wunderbar? So, dann gucken wir mal. Gewinn. Forschungsstation, nö. Nö. Moin, Goku. Was geht ab, was geht ab? Scheiße, die unsere, unsere Noten sind gesunken. Warum sind unsere Noten jetzt gesunken? Zufriedenheit der Studenten. Studierende, äh, äh, äh. Zufriedenheit der Studenten ist schlechter geworden. So eine Frechheit. Warum? War ein guter Job. Dann gut noch mal. So, hier hinten haben wir jetzt eine ganze Shopmeile, weißt du? Und die sagen, wir sind nicht zufrieden, ey. Irrenlos. Warum so hart arbeiten, wenn man so wichtig ist? Herrschen sie doch mit Köpfchen, nicht mit den Händen. Gar kein Platz dafür, man. Keine Ahnung. Einfach da reingestellt, jetzt wo Platz war. Smoothie Kiosk. Ja, okay, könnten wir halt eigentlich machen, ne? Man ist, was man ist. Wer also Müll in sich reinschaufelt? Baumbank, ne? Komm, die jetzt... Smoothie Kiosk packen wir hier hin, wo auch schon die anderen sind. Spieltisch für zwei. Nö. Ja. Jetzt brauchen wir noch einen neuen Assistenten hier. Sonst hat der Smoothie Kiosk halt keinen Mitarbeiter. Das wäre schlecht. So, Hausmeister brauchen wir natürlich auch nochmal ein paar, glaube ich. Wir arbeiten dran, unser Personal anzuheben. Crazy Taxiautomaten. Ne, ist zu teuer, Digga. So, Bibliothek. 100 Aufgaben. Sehr gut. Ihr Garten abgesackt, da bist du selbst schuld. Gothbücherregal. Wenn du dich happy machst, stelle ich dir auch gerne ein Gothbücherregal in die Bibliothek, alter. Ungültiges Zimmer. Wo muss denn das hin? Einfach einen Studienraum. Ja, gut. Gewinn ist in Ordnung. Clownstruhe. Ne, Mann. Hör auf jetzt. Liebestunnel immer noch nicht. Ne. Murmelpyramide auch nicht. Reicht jetzt auch mal langsam hier. Fordernd. Das kann nicht sein hier. Ja, besser ein Studiengang auf Stufe 4. Ja, das müssen wir dann gleich nach diesem Studienmehrer machen. Ein Rahmen-Kiosk. Häufige Fragen. Wenn es zufügt, ist es wahrscheinlich du. Gefühlt alles hier unten, ne? Die haben sich aber lieb hier, die beiden Clowns. Was ist denn los mit denen? Warum sind das Clowns? Aber diese Love-Bänke sind beliebt. Komm, wir platzieren mal noch ein paar mehr. Für mehr Love in the Air. Rosengarten. Nein, Mann. Nein, Mann. Nein, Mann. So, dann gucken wir mal. Der Körper ist ein Tempel, stopft ihn nicht mit Chips voll, das fühle ich aber nicht. Führt ihn schon mit Chips voll, weil Chips sind geil. So, jetzt muss das auch hier mal ein bisschen besser sein, oder? Annehmen. Moin. Schön, dass du wieder da bist. Oha! Oha, Alter! Was ist denn da los? Wir haben zu viele Mitarbeiter jetzt. Nee. 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 Okay, wir müssen irgendwie ein bisschen Cash machen. Alter, wir haben zu viele Mitarbeiter. Fisch! Wir haben dies ins Visier genommen, um ein jüngeres Publikum zu erreichen. Hier ist halt jetzt auch ehrlicherweise nicht so viel los, ne? Da haben wir halt so viele Mitarbeiter für. Aufwäsche unserer hirnlosen Jugend, wie eine unverhoffte Win-Win-Situation erscheint. Denn wir hätten damit einen Verwendungszweck für unsere Horde ungewaschener Strukturen gefunden. Wir haben Minus gemacht. Nee, doch nicht. So. Das haben wir jetzt mal weggemacht. Belohnung einfordern. Annehmen. Ah, alles klar. Benötigt Wissenschaftslabor. Mikroskop. Alles klar, machen wir. Kommt hier hinten rein. Klammer-O-Mat. Ja, den können wir mal kaufen. Hausmeister für Aufräumarbeiten benötigt. So, wieder Gewitter oder was? Ah, wieder Unkraut. So, wir haben jetzt auf jeden Fall richtig miese auch gemacht teilweise. Wie es mir geht? Mir geht's gut. Ich hoffe, die auch. Erinnerung an alle Studierenden. Der Regen ist nicht meine Schuld. Wer von euch hat nicht aufgegessen? So, 10 Vorlesungen mit A. 69, 65 Ziel. Abschluss machen. Und Stufe 4 Verbesserung. Ja, läuft noch, würde ich sagen, ne? Zum Glück machen wir durch die Erfahrungspunkte Plus, weil sonst würden wir halt echt Minus machen, ne? Das wäre echt schlecht. Aber läuft, läuft, läuft. Aber wie gesagt, so an den Kiosk-Dingern ist hier jetzt noch nicht so krass viel los, ne? Das ist noch so ein bisschen... Könnte besser sein, Franz. Könnte besser sein. Könnte besser sein. Die Sache ist, wir können ja jetzt aktuell, wenn dann nur die aktuellen Studiengänge quasi erweitern... Alter, die Bibliothek ist so überlaufen, ne? Ich glaube, wir müssen jetzt weiter bauen. Wir kommen nicht mehr drum rum. Wir sollten hier oben oder hier rechtsseitig... Sollten wir vielleicht... erweitern. Können wir gleich nach dem Schuljahr machen. So lange würde ich es lassen. Ich meine, es ist ja auch bald vorbei hier. Das Schuljahr. Wir sind ja schon im... im September. Personalzimmer ist auch langsam voll. Ja, okay. Können wir alles hier reinbauen, dann. Theoretisch können wir es auch jetzt schon machen, ne? Erstmal ein Personalzimmer hier irgendwie rein. Okay. Gute Frage. Gute Frage. Ich würde an ihrer Stelle von anonymen Hilferufen absehen und stattdessen einen Freund oder die örtlichen Behörden kontaktieren. Viel Glück und so weiter. Und so weiter, genau. Guck mal, die dürfen auch mal ein bisschen Spaß haben hier, die Lehrer. Neue Campus Stufe. Neuer Campus Stufe, nice. Ja komm, so. Nein. Ja. Hier können wir nochmal ein Klo oder irgendetwas bauen dann und das würde ich alles als Papier bauen. Ja, könnte man so machen. So, wir brauchen diese scheiß Anmeldung auf jeden Fall. So, dann brauchen wir diese ganzen scheiß Bücherregale. So, dann natürlich noch ein paar an der Wand. Und dann sind wir gleich insolvent. So, dann brauchen wir die leeren Ecken, die verschiedensten Arten. So. Hausmeister zum Reinigen verstopfte Toiletten benötigt. Wunderbar. So, jetzt haben wir dann aber auch mehr als genug Bücherregale hier drin, oder? Ich würde jetzt gar nicht mehr so viel mehr hier reinstellen. So ein schwarzes Brett kann man hier noch hinhängen, ja. Und dann lassen wir das erstmal so. So, läuft, wir brauchen jetzt noch ein VR-Labor und noch einen VR-Dozenten. So, jetzt kommen wir erstmal wieder die Auszeichnung. So, wir haben wieder keinen, der er abgebaut hat, ist gut, wir haben 10 Abschlüsse, Prüfungslosen 87%, alles klar. Sehr, sehr gut wieder. Gut. Alles klar. Aber hier unten die ganzen anderen, die fehlen, ne. Fang-Dill-Technologies, die Orbi-Stiftung, wie dem auch sei. So, erstmal ablehnen, annehmen, ablehnen, ablehnen. Bye. Bis zum nächsten Mal.